Das ist Boris, mein Alpaka. Ja, das ist Boris, mein Alpaka. Ich wollte kurz ne Pause haben, auf Boris ruhig zur Kneipe traben. Da sehen wir schon die erste Bar, da rennt es los, mein Alpaka. Er hat den Arsch zu weit hinten und den Hals zu lang, damit er immer stabil steht und saufen kann. Und am Fell ist er nackt, er seufzt nur Bier oder Krabba, das ist Boris. Er hat den Arsch zu weit hinten und den Hals zu lang, damit er immer stabil steht und saufen kann. Und am Fell ist er nackt, er seufzt nur Bier oder Krabba, das ist Boris, mein Alpaka.